Es gibt viele Betroffene, die ab einem gewissen Punkt einfach nicht mehr weiterkommen und sogar aufgegeben haben. Ich will hier keine Garantie dafür aussprechen, dass alles wieder gut wird, wenn du dann einmal mit Biologika angefangen hast. Schön, dass du wieder eingeschalten hast. Ich bin der, dein Host hier bei SchuppenTV. Erfahre alles zum Thema Schuppenflechte, denn ich bin seit 2012 davon betroffen. Und meine Schuppenflechte ist aber schon seit einigen Jahren jetzt schon mittlerweile unsichtbar, dank sogenannter Biologicals. Und darum soll es im heutigen Video gehen. Wenn du mehr zu meiner Methode erfahren willst, check einfach den Link unten in der Beschreibung und ich würde sagen, wir legen direkt los mit dem heutigen Video. Mein persönlicher Durchbruch, das war zur Erscheinungsfreiheit die sogenannten Biologicals und wie ich zu diesem Medikament gekommen bin und welche Erfahrung ich bislang durch die Schuppenflechte gemacht habe, das halte ich gerne mit allen Betroffenen einer Schuppenflechte. Wenn auch du alles rund zum Thema Schuppenflechte, jetzt habe ich es wieder gesagt, psoriasis, erfahren willst, dann abonniere gerne meinen Kanal, um in Zukunft keine meiner weiteren Videos rund um dieses Thema zu verpassen. Ja, heute möchte ich speziell über Biologicals sprechen und wie sie dir dabei helfen können, deine Haut von juckenden und vielleicht sogar schmerzenden Schuppen zu befreien. Weil je länger du von einer Psoriasis betroffen bist, desto eher wirst du vielleicht merken, dass die meisten Behandlungen und Medikamente nicht wirklich helfen. Durch den ein oder anderen Schub kommen dann neue Stellen dazu und dein Frustpegel, der steigt und steigt und steigt. Und ich war selber mal in einer Phase, in der ich immer wieder mal, ja, Heulkrämpfe hatte und einfach nicht mehr weiter wusste, weil es mit der Zeit immer schlimmer wurde. Als ich aber im Juli 2015 dann meine erste Dosis Cosentix bekam, änderte sich mein Leben tatsächlich schlagartig zum Guten und ich konnte mich wieder völlig unbekümmert auf mein Leben konzentrieren und ich war einfach nicht mehr diesen lästigen Blicken und diesen nervigen Fragen ausgesetzt. Falls dein Dermatologe dir keine Biologiker verordnen will, Behandlungen mit MTX oder Fumaderm aber schon gescheitert sind, dann bist du da tatsächlich nicht ganz alleine damit, denn es gibt viele Betroffene, die ab einem gewissen Punkt einfach nicht mehr weiterkommen und sogar aufgegeben haben. Wie gut jetzt Biologicals anschlagen, das hängt aber auch immer von der einzelnen Person ab. Also ich persönlich hatte Glück, dass Cosentix gleich als erstes Medikament sehr gut gewirkt hat und meine Schuppenflechte fast unsichtbar gemacht hat. Es gibt allerdings auch Fälle, da lässt die Wirkung schon nach wenigen Wochen oder Monaten nach oder die Wirkung, die setzt erst gar nicht ein. Oder aber man verträgt es dann doch nicht so gut wie vielleicht gedacht und man muss halt einfach abbrechen. Ich persönlich hatte mit keinem der fünf verschiedenen Biologicals, die ich bislang genommen hatte, irgendwelche Probleme, was jetzt so die Verträglichkeit angeht. Was aber die Wirkung angeht, da habe ich festgestellt, dass manche meine Schuppenflechte sogar wieder schlechter gemacht haben. Mehr dazu aber später. Lass uns ganz kurz darüber sprechen, was Biologiker überhaupt sind. Das fragst du dich vielleicht. Und dabei handelt es sich um synthetisch hergestellte Antikörper, die bestimmte Botenstoffe herunter modulieren, die die eigentliche Entzündung in deinem Körper verursachen und die Hauterscheinungen verursachen. Es ist tatsächlich so, dass Biologicals deswegen so gut wirken in deinem Immunsystem, weil sie den menschlichen Strukturen sehr gut nachempfunden sind. Und da wird als Basis oft eine Zelle hergenommen aus den Eierstöcken des chinesischen Zwerghamsters. Das ist hochinteressant. Ich blende dir mal hier oben die Infokarte ein. Da gehe ich ein bisschen genauer drauf ein, was es damit aus sich hat. Das ist eine echt interessante Geschichte. Jedenfalls ist es bei Biologicals so, dass sie eben im Immunsystem an eine bestimmte Stelle an Zellen andocken, die ursächlich sind für die Entzündungen in deinem Körper und dadurch die Hauterscheinungen verursachen, die typisch sind für eine Schuppenflechte. Ganz kurz den Vergleich zu gesunden Personen. Also ich meine jetzt Leute, die halt einfach keine Schuppenflechte haben. Da gelangt auch irgendein Störnfried ins Immunsystem und diese Störnfriede oder Störfaktoren nenne ich es jetzt mal, die können irgendwelche Viren, Bakterien oder sonstige irgendwelche Organismen sein, die Schaden anrichten wollen. Und dann sagen unsere Abwärtszellen einfach, wir haben hier einen Störnfried. Ivan, komm jetzt einfach mal rum und mach mal, dass die wieder gehen. Wir nennen diesen Beschützer jetzt einfach mal Ivan der Einfachheit halber. Und Ivan ruft dann all seine Freunde an, die nach und nach kommen. Und das Ganze nennt sich dann Entzündung, beziehungsweise weil ja seine Freunde nach und nach kommen, Entzündungskaskade. Das ist einfach ein festes Protokoll, wie ein Drehbuch in seinem Hollywoodstreifen. Und da hat halt jeder Schauspieler so irgendwann seinen Part, den er dann abliefern muss. Also es wird sozusagen eine kleine Baustelle aufgemacht und diese Baustelle wird dann zugemacht, sobald die Störnfriede wieder beseitigt sind. Alles wieder Paletti und Thema gegessen. Wenn jetzt aber Ivan immer wieder Baustellen aufmachen muss, dann wird das Ganze irgendwann aber zu einer chronischen Entzündung im Körper. Und deshalb spricht man bei Psoriasis auch von einer chronischen Erkrankung, weil dauerhaft. Also Ivan ist quasi die ganze Zeit auf der Baustelle, nur dass eben auf Dauer seine Frau irgendwas dagegen hat, bis sie ihn rausschmeißt. Und in der Folge wird Ivan dann traurig und um diesen Kummer sozusagen zu verarbeiten, fängt jetzt Ivan an, grundlos Chaos anzurichten, weil Ivan einfach frustriert und traurig ist. Und so entsteht dann quasi diese Autoimmunerkrankung. Das heißt bei uns Menschen mit Psoriasis, die Hautzellen produzieren immer schneller Haut und es kommt zu Schuppen. Also unsere Haut trägt sozusagen das Chaos nach außen. Also Ivan ist eigentlich das sogenannte Interleukin 17 oder 12 oder 23, weil es sind alles Entzündungsbotenstoffe, so nennt man das, die alle direkt oder indirekt an einer Schuppenflichte beteiligt sind und damit zusammenhängen. Und jetzt wieder die Kurve zu den Biologicals, weil die machen nichts anderes als diese überschießende Reaktion herunter zu modulieren. Und manche Medikamente, die können das halt besser und manche machen das schlechter. Aber die Konsequenz ist tendenziell, dass sich dadurch die Schuppenflichte zurückbildet. Und ich persönlich habe da mittlerweile so effektive Gewohnheiten entwickelt, dass die Wirkung meines aktuellen Biologicals auch jetzt nach Jahren noch sehr hoch ist. Eine dieser Gewohnheiten ist zum Beispiel das sehr kalte Duschen, weil dadurch ein entzündungshemmender Botenstoff ausgeschüttet wird, der eine wichtige Rolle bei der Kontrolle von Entzündungen spielt. Man nennt diesen Botenstoff Interleukin 10. Einfach, dass du es mal gehört hast. Aber mal weg von diesen ganzen Fachbegriffen. Es reicht, wenn du verstehst, dass deine Schuppenflechte, also deine chronische Erkrankung, diese Dauerbaustelle, noch da ist. Aber sie bricht nicht mehr aus, wenn Biologicals sehr gut anschlagen, sodass deine Haut irgendwann wieder ganz normal aussieht. Und wenn du dich aber ausschließlich auf das Medikament verlässt, das ist ganz wichtig an der Stelle, und quasi Kunde des Monats bei Burger King bleibst, dann kannst du die Uhr eigentlich danach stellen, dass nach ungefähr zwei Jahren die Wirkung irgendwann nachlässt, wenn es nicht schon früher der Fall ist, weil dein Immunsystem einfach irgendwann nicht mehr mitmacht und du durch dieses permanente schlechte Essen und so weiter und diese schlechten Gewohnheitsumstände, diese Lebensumstände, einfach, wie soll ich sagen, ja, dein Körper schadest und er wird mit der Zeit immer schwächer. Das mit diesem Erfolg durch eine Systemtherapie, da bin ich jetzt mal bewusst eher vorsichtig, weil ich will dir da nicht im Vorfeld irgendwelche voreiligen Hoffnungen machen, weil es ist nicht einfach so Plug-and-Play mäßig, dass du das, ja, dir einverleibst und dann wird alles wieder gut. Also ich will hier keine Garantie dafür aussprechen, dass alles wieder gut wird, wenn du dann einmal mit Biologika angefangen hast. Das entscheidet tatsächlich immer noch der Arzt, wann es dann losgeht mit der Systemtherapie. Trotzdem, und das will ich dir in diesem Video sagen, einfach weil ich mich verpflichtet dazu fühle und auch der Tatsache geschuldet, dass ich halt jetzt schon seit über zehn Jahren wirklich Erfahrung habe als Selbstbetroffener, du kannst sehr viel Einfluss nehmen, bevor es mit einer Systemtherapie losgeht. Also du kannst sehr viel Einfluss auf den Erfolg deiner Systemtherapie nehmen. Es gibt halt viele Ärzte, die entweder gar keine Erfahrung haben im Umgang mit Biologicals oder aber ihr Budget lässt es nicht zu. Und da kann es dir wirklich passieren, dass du einen sehr, sehr, sehr langen Atem brauchst, bis du halt einen passenden Arzt findest. Und du musst meine Methode einfach nur wie eine Abkürzung betrachten, mit der du dir all das ersparst, was ich über ein paar Jahre wirklich hardcore durchmachen musste. Also ich war bei über 25 Ärzten. Es waren deutlich mehr sogar. Ich habe es irgendwann gar nicht mehr gezählt. Bevor ich es aber vergesse, will ich noch kurz auf eine wichtige Stolperfalle eingehen. Und das ist tatsächlich dein Darm. Also dein Darm, der spielt eine sehr große Rolle bei der Gesundheit deines Immunsystems, bei der Kraft deines Immunsystems. Das, was hinter dieser sogenannten Darmbarriere kommt, das macht ungefähr 70 bis 80 Prozent deines Immunsystems aus. Und wenn du permanent Müll in dich reinkippst, dann ist dein Immunsystem halt irgendwann überfordert. Und da können dir Biologicals auch nicht mehr helfen, weil von unten, da kommen einfach zu viele Entzündungen hochgeschossen. So kannst du es dir bildlich vorstellen. Wie ein Kochtopf, der zu stark hoch kocht, das Wasser sprudelt über und dadurch kommst du einfach irgendwann nicht mehr dagegen an. Da hilft dann irgendwann auch kein Medikament mehr. Das musst du dir einfach bewusst sein. Und dann gibt es auch noch viele Fälle, da liegt einfach klassisch Übergewicht vor. Und da wirken halt auch die teuersten und besten Biologicals überhaupt nicht. Also da ist dann wirklich deine Eigeninitiative ab einem gewissen Punkt gefragt. Denn auch durch zu viele Fettzellen werden Entzündungen angeschoben. Und Fettzellen, die machen halt einfach nichts anderes. Die machen nichts anderes als das Verursachen von Entzündungen. Aber wir haben ja in der heutigen Zeit auch Glück, weil es gibt ja ab jetzt auch Body Positivity. Und da ist ja Übergewicht nicht mehr so schlimm. Da ist es ja eher was Positives. In diesem Sinne, bleib negativ und ja, wir sehen uns beim nächsten Mal. Dein Dian.